Hallo liebe Besatzungen, seid herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo hier auf dem Kanal. Ja, bald steht Halloween vor der Tür, am 31. Oktober ist es soweit. Ich habe lange hin und her überlegt, was wir da machen. Ich habe auch daran gedacht, andere kleine Spiele auszuprobieren. Aber letztendlich seid ihr ja überwiegend alle auf meinem Kanal wegen Phasmophobia. Und da habe ich mir als kleine Idee überlegt, dass wir von 19 Uhr bis um 1 Uhr nachts stündlich eine neue Phasmophobia-Jagd raushauen werden. Das heißt, um 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr bis 1 Uhr gibt es also insgesamt 7 Geisterjagden. 2 auf Profi, 2 auf Albtraum, 2 im Koop-Modus und 1 im sogenannten Tür-Modus. Auf meinen eigenen Einstellungen, darauf könnt ihr euch freuen. Und dieses Video gilt als Ankündigung dafür. Ich hoffe, ihr freut euch und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Am Donnerstag hören wir uns ja wieder während der Albtraumjagd. Da sind wir im Maple Lodge Campsite. Also bis dahin, bleibt mir gewogen. Tschüss.